Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zu den GeoGebra-Befehlen. Wir schauen uns diesmal den Befehl Tangente an. Wie der Name schon sagt, bildet dieser Befehl natürlich nichts anderes als eine Tangente an eine Funktion oder auch an ein Objekt. Das heißt, wenn wir hier jetzt beispielsweise eine Funktion haben, ich nenne die jetzt mal f von x, sagen wir, die lautet jetzt x hoch 3 minus 6x hoch 2 plus 9x und wir wollen jetzt hier eine Tangente an der Stelle 2 zum Beispiel bilden, dann müssen wir jetzt einfach nur noch den Befehl Tangente eingeben, dann geben wir hier die Stelle ein, also hier zum Beispiel die Stelle 2 und dann brauchen wir nur noch die Funktion benennen. Im Grunde reicht hier f, aber wir können auch f von x schreiben und schon haben wir hier die Tangente an dieser Stelle 2, nämlich y ist gleich minus 3x plus 8. Das Ganze könnt ihr natürlich auch im Grafikbereich, also beziehungsweise in Algebra da noch machen. Da habt ihr dann auch noch ein paar Möglichkeiten mehr, zum Beispiel eine Tangente an einen Kreis legen, aber so oder so, es ist auf jeden Fall möglich mit diesem Befehl Tangente an einer bestimmten Stelle die Tangente auf jeden Fall ausrechnen zu lassen und natürlich dann auch zeichnen zu lassen. Das war es schon wieder zum Befehl Tangente. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich für euch, würde mich freuen, wenn wir uns in einem der anderen Videos wiedersehen.